Sarah Engels, 29, hat mit ihrem Körper zu kämpfen. Im vergangenen Dezember brachte sie ihr zweites Kind zur Welt. Nach Sohn Alessio, 7, aus der Ehe mit Pietro Lombardi, 30, bekam sie zusammen mit ihrem Mann Julian, 29, Töchterchen Soler. Die Sängerin schwebt jetzt im absoluten Familienglück, doch die vergangene Zeit ist auch nicht spurlos an ihr vorbeigegangen. Sarahs Hormone machen ihr momentan richtig Probleme. Ich habe das Gefühl, dass gerade meine ganzen Hormone durcheinander sind, aber sowas von, berichtete sie aus dem Urlaub in ihrer Instagram-Story. Zehn Monate Schwangerschaft mit Soler, und anschließend knapp ein Jahr stillen haben Sarah aus dem Gleichgewicht gebracht. Seit knapp zwei Jahren sind meine Hormone auf einem ganz anderen Level, und ich merke einfach jetzt, wie das rapide abfällt. Die Musikerin leidet deshalb unter Haarausfall, Übelkeit und Müdigkeit. Ich habe heute elf Stunden geschlafen, wenn nicht sogar zwölf, das passiert mir sonst normalerweise nie, beschwerte sie sich. Im August hatte Sarah schon berichtet, dass sie aufgrund eines zu niedrigem Blutzuckerspiegels vermutlich bald abstillen müsse. Das Stillen verlange ihrem Körper nämlich zu viel Energie ab. Das würde mich sehr sehr traurig machen, erklärte die Ex-DSDS-Kandidatin damals. Selbstverständlich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017